Was ist denn? Wie geht's hier? Wofür wir das aber machen? Hol ich mir erstmal das gerade da drüben. Halt er mit. Halt er mit. Bringt die immer zum Schweigen. Ja, ist halt traurig. Ich kann's voll nachvollziehen. Mein Sohn Marco. Er ist in der BSAA. Sie werden sehen, er taucht hier gleich mit einer ganzen Armee auf. Genau. Komm, wir gehen einfach mal hier hoch. So. Gucken wir uns das mal an. Unter dieser Statue sind Stufen. Als ich letztes Mal hier war, war's offen. Mist. Und jetzt? Uns fällt schon was ein. Sehen wir uns mal um. Zeig ich euch mal. Hm. Statue der glücklichen Heiligen. Hier gibt's mehr als den Anschein. Mist. Geh mal bitte hier hoch. Mal gucken, ob du irgendwas da findest. Aha. Warte mal. Achso. Hä. Okay. Aus irgendeinem Grund sind beide Leiter nach oben, da vorne kaputt gegangen. Wahrscheinlich durch die Erschütterung oder ähnliches. Wow. Und das geht relativ schnell, muss ich sagen. So, was haben wir denn da? Zeig mir mal. Ah, und da muss ich die Statue wo hin tun. Nichts. Wir müssen etwas übersehen. Die beiden heiligen Mütter weisen den Weg. Ja. Wahrscheinlich Pro 2, hä? Ist nur so ne Idee von mir. Ja. Ich guck erstmal, was wir hier haben. Und da ist was zum... Ah. Oh, sie geht auf. Krass. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das irgendwie lösen können, das Rätsel. Wow. Jetzt haben wir schon die zweite. Sie ist mit der anderen identisch. Und sie sind nicht nur Dekoration. Das hast du schon mal gesagt. Ah, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja. So. Ja. Warum brauche ich jetzt... Ah. Okay. Sie müssen gleichzeitig draufgelegt werden. Deswegen rennt sie gerade rüber. Na komm. Du schaffst das. Du schaffst das. Die Typen nerven mich. Oh. Oh. Na, jetzt läuft es doch. Ähm, das ist eigentlich nicht... Das ist eigentlich jetzt nicht... Oh. Oh, 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 ich seh' was. Ich seh' was. Ha, ha. Ah, weiter wieder grau, das ist sehr nice. Und was haben wir hier? Oh, geil. Gut, dass ich das nochmal aus Zufall gesehen habe. Denn, ja, es ist halt aus Zufall. So, dann gehen wir mal nach unten. Gehen wir mal da rein, mal gucken, was wir hier haben. Ein Hebel mit einem Ausrufezeichen. Was? Hey, was? Hey, was hört das? Muss ich das Ding irgendwie abschalten? Oh, ja. Ja, dass wir schneller hinbekommen als ich, das finde ich nicht in Ordnung. Ich komme mir ziemlich schlecht vor jetzt. Okay, äh, viele, viele bunte Räume. Äh, na, 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 na. Oh, Junge. Jetzt reicht es aber mal langsam. Ja, hier ist schon der zweite Räume. Ich habe mir keine Zeit für diesen Mies. Trotzdem müssen wir ihn machen. Okay, was haben wir jetzt? Oh, Junge. Ha! Na, mach's nach. So, jetzt du. Nein? Ich nochmal. Das kann mich nicht aufhalten. Los, weiter! Das, ach, sehr schön. Ah, noch nicht genug, hä? Voll das super special Geschieblichkeitsspiel. Gleichzeitig am Ort ankommen. Nein, 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 nein. Ah, das war knapp. Ah, hu, 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 hu. Lauf, 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 lauf. Da ist ja noch eine. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ha! So. Wollt ihr euch also mit dem wackeren Leon anlegen, hä? Ihr blöden Statuen wisst doch gar nicht, was euch erwartet. Au. Was lustig ist, wenn man nämlich in dieser kurzen Sequenz ist, ist man ja unantastbar. Wegen Bär. Nee, also unantastbar. Das heißt, die können ballern, aber ich werde nicht getroffen. Okay, los jetzt. Ist gut, sie hat ihren Job auch gemacht. Äh, da ist ein Laserpointer. Ähm, ich mach es nicht fest. Okay, nur Fähigkeitspunkte. So, was haben wir hier? Ah, geht nicht auf. Hm, hm. Hier unerwartet. Ach was. Irgendwas hat's doch mit diesem Laserpointer auf sich. Aber ich darf noch nicht. Ich darf noch nicht wissen. Ja, ähm. Äh, seit, äh, seit wann? Seit wann habe ich Laser? Wieso liegen da eigentlich Leute bei der? Was ist denn das? Äh, da, 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 da. Oh ja. Wir sind jetzt schon wieder. Kommt noch was? Los, Helena, frei dich. Also gut, äh, was erwartet uns jetzt denn hier? Hä? Ah, schon wieder so ein Ding. Auf einmal hat sie es auch hinbekommen. Okay, aber sie schießt erstmal. Äh, was haben wir jetzt hier? Ah, da oben. Ah, Mann. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Ich wollte's cool machen. Und hab verkallt. Ich wollte's cool machen. Ah, ist das spannend. Und das, das... Da ist der Schlüssel. Die traurige Heilige. Sie ist so traurig. Wenn's aber nicht traurig ist, muss sie weinen. Äh, warum liegen hier welche? Oh, der hat ne Waffe. Okay, der darf hier liegen. Der hat ne Daseinsberechtigung. Das Scharfschützengewehr. Hm, geil. Wo kann ich meine Feinde aus der Entfernung töten? Ist hier irgendwas... Womit ich... Äh, ich kenn das. Ich glaub, ich muss die Glocke treffen. Ich glaub, ich muss die Glocke treffen. Ich glaub, ich muss die Glocke treffen. Äh, ich glaub... Äh... Oh. Auf jeden Fall, ich hab sie getroffen. Ja. Muss ich vielleicht die auch irgendwie noch erwischen, oder? Irgendwie die Glocke... Äh... 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 Hä, die noch? Noch was? Die Glocke vielleicht? Äh... Äh... Irgendwas ist passiert. Glaub ich. Muss ich noch irgendwas erwischen? Oh, Junge, Rätsel. Macht so viel Spaß. Äh... Ja gut, jetzt läutern die, wie die Bekloppten. Was... Was muss ich denn jetzt... Ist hier noch irgendwas? Hier sind doch schon überall die Flammen aufgegangen. Helena, sag doch auch mal was. Du bist grad keine Hilfe. Äh... Ich... Ich glaub... Das sind alle. Seltsamer waren die Vieläten zu schießen. Ja. Möchten sie fünf Glocken. Wann hatte ich denn die Mission gehabt? Na gut. Das hab ich doch... Doch gerne gemacht. Also dann. Gib mir her diese... Startruhe. Äh... Okay. Jetzt... Jetzt geht's wieder zurück. Natürlich gibt's jetzt einen Shotcut. Ja. Haben Sie gehört? Ja. Ich hoffe, das war eine Tür. Los! Äh... Ne. Ich muss euch leider enttäuschen. Es war keine Tür. Es war ein Schloss. So, jetzt... So, und jetzt... Das muss natürlich wieder gleichzeitig gemacht werden. So. So... Das Tor zum ersten Dungeon ist frei. Ist geöffnet, meinte ich. Ich glaube, an dich kann ich mich erinnern. Was ist das? Das wagen Sie nicht. Alles okay? Das hat offenbar diese Hölle entfesselt. Ich will erst mal die Waffe wechseln. Äh... Okay. Kratz mich mal auf. Ich komme! Okay. Ah... Ist denn das Vieh? Ah. Ah. Wir kümmern uns darum. Okay. Ja, das ist fies, außer Sichtfeld. Ah. Ah, ich hoffe, ich treffe sie überhaupt. Ah, komm. Verbrenne! Hat jemand für jemanden Munition fallen gelassen? Gut, zum Beispiel. Was für Munition dabei? Das ist der Hilfespray. Macht, ist wie, äh, diese Sechsfach-Tabs oder was das sein sollen. Halt sofort. Das ist schön. Das ist... Hapis? Hapis erwischt? Piu, piu, piu. Hm. Ach, ich habe ja wohl den Zöl verglichen. Ja. Hm. Hm. Gut, äh, ja. Ich hab das hier erwischt. Komm hier, Mann, 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 Mann. Hey, hilf mir auf die Beine. Ja, äh. Kommst du? Bitte? So, einmal auf die Haare gesprüht. So. Ach, nicht schon wieder. Ich hab mir so blitzte Munitionsarm für das Vieh. Äh, buff. Kann das Vieh jetzt bitte sterben? Ich hätte nichts dagegen, wenn es mal jetzt endlich stirbt. Ich muss es ja eigentlich aus der Entfernung trücken. Scheint hat es keine Freunde mehr zum Spielen. Deswegen muss ich es jetzt Jagd auf mich machen. Hör zu gehen nutze ich auch nicht so wirklich bei den Viehen. Ach so, ja. Ich lade erstmal nach. Ah, hab ich es jetzt, ne? Nein. Ah, okay. Macht nichts. Ich war nur Kattelser dran. Äh, okay. Äh. Ah, was? Äh. Ah, das ist jetzt nicht so, wie ich es wollte eigentlich. Äh. Ja, zah. Ah. Hab ich dich doch erwischt. Puh. Keiner will deine Abgase riechen. Puh. Äh. Da liegt es. Es hat nämlich was fein gelassen. Eine Laborschlüsselkarte. Ist jetzt von der Kathedrale ein Labor. Hm. Hm. Schauen wir doch mal rein. Okay. Bereit? Auf jeden Fall Munition. Das ist gut. Äh. Hier ist bestimmt auch was Schönes drin. Behe ich kurz punkte. Seite 4000. Okay. Schauen wir mal. Bitte öffnen wir die Tür. Was da wohl nur jetzt ist? Hut. Funktion. Oh. Hier sieht es ja interessant aus. Wenn ich glauben könnte, dass Gott bei uns ist. Aber ich fürchte, wir sind allein. Ich glaube nicht, dass das hier Gott gerichtet hat. Kann ich die Dinge... Ja. Das kann ich kaputt machen. Sehr schön. Gut. Gut. Diese Konsole und die Ziffern auf den Türen hängen wohl zusammen. Äh. Okay. Das heißt, äh. Ach so. Hm. Aber es ist immer was verschmiert. Das ist... Okay. Also immer, wenn ich falsch aufmache... Äh. Ähm. Also, beziehungsweise, Falscheingeber öffnet sich eine andere Tür. Aber nicht die, die ich will. Äh. Los zurück! Nichts jetzt! Äh. Ach so. So, zwei auf jeden Fall. Äh. Zwei bis Null. Ich hab's. Alles klar. Okay. Ich würde allerdings mal sagen, wie es danach, äh, was uns da jetzt gleich erwartet oder ob wir vielleicht sogar noch die anderen Türen aufmachen, das sehen wir in der nächsten Folge. Resonative 6. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, die Kalidiane zu erforschen. So wie ich. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben übrig und abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Das war's von mir, für heute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.